einen mittelmäßig schönen guten morgen miteinander eigentlich hatte ich mal wieder vor dieses video außen zu machen mit wunderschönem wetter und see und lauter so ein quatsch aber irgendwie lässt es mich nicht los ich bin diesmal ausnahmsweise nicht alleine habe hier noch diesen wunderhübschen jungen menschen dabei das ist der art den wird man vielleicht in zukunft auch öfter mal sehen ich glaube ich habe sogar schon regen auf der linse wir gehen jetzt frühstücken und danach wahrscheinlich nach mailand ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, das war ein kleines Abendessen. Gutes Abendessen? Gutes Abendessen. Und viel Regen in Como. Mit dem Quatsch soll es aber morgen eigentlich vorbei sein. Deswegen steigen wir jetzt in unseren wunderschönen Fiat Cinquecento, fahren zurück in unsere Ferienwohnung, was wohl auch nochmal eine Dreiviertelstunde oder so dauert und sehen uns morgen wieder. Bye, bye.